Musik Ihr müsst jetzt direkt mit rein starten Da unten? Nö, müssen wir nicht Ja, lol Wird der runter, doch, wird der runter genommen Doch, jetzt Ok Jetzt geht's weiter Schwierigkeit nochmal Raub dir doch dein Vor- Warte Nein Erre Warte Alter Alter Ich habe deine letzte Ich Ich habe deine letzte Mission Munition für 15.700 verballert Boah Klos Wahnsinn Ich kann die Minigun benutzen Oh, die Minigun ist so schön Nimm die Minigun Mach ich auch Ich hatte nichts anderes vor Das ist doch nicht so gut Oh nein, Phil Oh nein Oh nein Frachtschiff Erinnerst du dich noch an die Mission? Welche ist das? Wie mit dem Fahrplan Das ist nicht die im Gefängnis Team Wahnsinn Oh Gott Oh Gott Ich weiß gar nicht Der Fahrplan Wo man in das Polizeirevier reingehen musste Oh ne Oh doch Oh Ihr scheit poolen Ich hab mit Phil habe ich diese Mission ungelohnt 20 mal gemacht bis wir sie hinbekommen haben Okay Ich will mein Wurzern und Porsch Ich bin mein Wurzern Ich bin mein Wurzern Mann, ich bin meine Wurzern Mein Wurzern Ich kann mir bei mir ein Ich bin mein Wurzern Ich bin mein Wurzern die Farbe hier witzig in Matz. Aber richtig fahren, gell? Ja... Alles noch heile. Der müsste weg. Die Klasse der Natur ist kaputt. Was müssen wir hier überhaupt machen? Ich war immer in der Halle auf dem Bulle. Ich hab keine Ahnung, ich mach das zum ersten Mal hier. Die Mission. Also der erste Teil unserer Mission ist relativ einfach. Wir müssen erstmal die Polizei anlocken oder eine Streifenwand. Okay, ja. Afghanistan, Abu, Black Dagger. Also, Phil und ich haben irgendwann eine spezielle Plane entwickelt, wie man das am besten macht. Ja, du musst da auch wieder unter die Brücke, da ist noch das Polizeirevier. Und dann haben wir immer gewartet, bis halt, ähm, entweder spawnt da einer, oder, äh, ihr müsst halt die Bullerei anlocken. Ja, ihr habtet, wenn ihr habtet, das ist schon gespielt. Dann ist es ja einfach. Okay, ja, jetzt die Rampe. Das war so, das war, wo Flut eine Gammelkarase hat. Ja, ich weiß, schon. Der Flugweg war nicht aufgehoben, war. Wir haben da eben so einen Fluchtweg entwickelt gehabt. Da ist eine Rampe, da kann man einfach drüber springen. Das war auf der Autobahn. No, ich hab nur eine Pistole, stimmt mir. So, wie lockt man an einem das Polizieren? Alter, dieser Komet ist einfach geil. Ja, dann hab ich, ich hab den den Grünen. Der ist zwar nicht der Schnellste, aber, äh, ja. Geld einfach geil. Ja, aber was der macht, das ist nicht dem Heck ausfresch. Ja, ich hab den Canadag als Spieler Winter Fighteruell. Das direkt spent dauernd hervorragend. Ich hab wohl scheinbar, bis es auf Grau. Ich hab ohne Scheisse, das ist ich hab auch schon mal gelegt, genau so, das ist richtig geil was da rankommen glaub mir, ja, jetzt ist es gefährlich warte, bis ihr aussteigen, warte, bis ihr aussteigen Maske, oh was mich fahren zieh die Maske an was mich fad tun hier kann jetzt jeder schießen da unten sind schon aggressiv ja, du robot oh oh oh, das war mit dem kaputten Polizeiwein da ist sie noch das ist egal, ob der kaputte ist geh weg, geh weg, geh weg immer weg, geh weg wir haben lange gebraucht, den Weg zu verfeinern ja, das ist schlecht weil wir sind uns heute unten, die ist meistens durch eine bessere Maschine da unten stehen wir, stell dir die immer läuft ja, ich lass uns stecken die Maschine scheiße scheiße einmal davon sterben einmal davon sterben wir haben ein Teamleben, denke dran wir dürfen einmal ein Team davon sterben ich wollte ein selbstmord oh, ist doch nicht dein Ernst die hat's mit oh, Mia ich sag, wie komm ich zum Container was? wow, wow ich hab immer noch ne, ich hab immer noch ne Polizeiteil gemacht, den anderen kenn ich nicht mir macht die Ego Perspektive, geht besser zum Schießen nein, das war's nicht ach sowas für mich ich würd den machen ich würd den machen jetzt haben wir gerade ne mehr einfach hier lang immer am besten den Shortgun genau ich merkst jetzt wie perfekt dieser Weg ist wie? er ist einfach so gut, weil wir ihn entwickelt haben oh, dieser Weg ich brauche ich hab einfach noch ne ich brauch nur eigentlich Patent drauf ja, der Weg ist einfach perfekt ich hab den Bullerei weg das war in Polizeistation denk dran, nicht reinrennen oder keine Waffe ziehen ja, ganz wichtig wir müssen in den Polizeistationen reingehen keine Waffe rausholen langsam reingehen oh Gott, oh Gott, oh Gott das Problem ist, wir ziehen einen Fokusschott rein raus und wir sind beide instant tot. In der Polizeistation. Dann müssen wir da rein, ja? Mit was müssen wir schießen? Gar nicht, gar nicht schießen. Wir halten jetzt lang, wir fahren jetzt noch mal dahin, steigen aus, gehen ohne eine Waffe zu ziehen da rein. Keine Waffe rausね, ich hole nix raus. Ich lass alles stecken. Nee, 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 nee. Nicht sterben, oder? Ach, ich wieso. Dein S-fucking machst nix. ich hab' einen vollautomatischen Schockgang, regeln das schon. Falsch. Wie das aussieht, wenn der einfach ein Snack ist. Ist doch schön. Wollen wir jetzt? Wir gehen jetzt zurück, tragen jetzt Auto ein und fahren weg. Ja. Schießt den Container auf. Haben wir mit Benzin umgespielt? Ja, ja. Ja, ich versuche immer mal oben auf die Container zu fahren, mal mal. Wäre mal geil, wenn man so ein großes Schiff fahren könnte, ne? Mhm. Das wäre richtig geil, mit Raketen auf, ne? Fluglandeplatz. Ja, oder, oder wohnen. Ja, dass man da die Autos reinfahren kann, oder wegfahren kann. Wie kann man das denn als, 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 äh, Wohnung, ne? Ja, das wäre geil. Nur wegen so, für so anderthalb bis zwei Millionen? Ja. 20 Gramm, Chef, lasse. Dann der Hubschrauber alle drauf. Oh, das wäre so geil. Boah, das wäre so geil. Ja, ne Boote an der Hand. Wo bist du denn? Ich bin runtergefallen gewesen. Autsch. Welcher Container ist es? Hätte, ihr habt doch das Pamuk gespielt. Wir haben immer mit dir die Zeit gespielt. Ja. Hey, wir müssen doch recht. Ah, da ist ja. Mia, Mia hat mit ihrer Mannes, äh, Frau ist da... Lass mich fahren. Lass mich am besten fahren. Der ist aber... Lass, halt mal an, halt mal an. Lass mal Fahrrad tauschen jetzt. Ja. Du musst jetzt auch abfackeln. Ja. Das geht gar nicht. Ja? Nein, ich... Ach, nee, das ist mein Untergang. Ja, es funktioniert nicht. Ich kann nicht einfach drücken. Ich kann nicht mehr einsteigen. Fahr einfach. Ah, mit Benzin, okay. Wo muss ich hinfahren? Hilfe drauf. Nein! Nicht dein Mann. Mir ist ins Wasser gefallen. Ja, wie konnte ich da nix führen? Ey, das ist dein Ernst? Wir sind auf dem scheiß Boot. Sag mir jetzt nicht, dass ich da die Tür kann. Das war mein Schattenlob. Und lass mich fahren, verdammt. Dann steig du ein. Dann darfst du einen Container nicht aufmachen. Was ist das Schlimmste? Wollen wir das nochmal machen? Nein, das ist nur bestimmte... Oh, ja. Bei der Mission fängt es nur von vorne an. Wir fangen mal von vorne an, ja. Das ist das Lustige an dieser Mission. Behinderte an dieser Mission. Fahrt überspringen wir. Oder? Nein, das haben wir Glück. Outtune, wir überspringen in den ersten Part. Sehr schön. Oh, schön. Ich fahrt. Kann mich nicht bewegen. Nein, doch nicht. Wir fahren von vorne an. Wenn du jetzt hier stehst. Du gerast? Der ist nicht weg, oder? Oh. Der gibt nicht mehr wissen, was ich hier ist. Oh, ho, ho, ho. Oh, das fühlen wir wie allein benötig. Oh, geil. Schi, 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 schi. So wird alles gemacht. Okay, warte, ich habe einen Smacker. Nein. Das war zu spät. Too late. Da geht's. What? Friss, Granatenwerfer! Äh, Raketenwerfer da hinten! Doore, Fotze! Friss! Ah, seine dumme Flotze, echt! Ah, ich bin... Ich bin gut. Nein! Was ist denn? Bring! Die fucking... Cola! Guest! Junge aus wäre da. Nee, ja, ja. Den kenn ich jetzt von YouTube. Hallo, war ein Scherz. Ha, 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 ha. Oh, Gott. Beide warten. Hier... Gehst nicht an den Container. Wow, was macht... Da ist alles schicken, und wir kennen ihn. Junge, komm. Igles. Wie? Ja, aber das will ich machen. Welcher Container ist das? Die ist doch hier. Kaputt! Kaputt! Der hatte Schottgang. Ja, welcher Container waren das? In der Mitte. Na, nein! Wieso machst du den jetzt wieder auf? Den kann ich doch nicht fehlen. Ich war eben da, und jetzt bin ich da. So, du gibst jetzt einfach Vollgas. Gas! 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 So, und jetzt, was du jetzt steigst, lass mich fahren. Scheiße. Na? Gib Gas! Das ist doch kein Scheiß. Warum redet er sich nicht? Wie ist er redet er sich nicht? Sorry, jetzt gibt... Oh, er hat jedes fucking Auto umdrehen. Oh, die Scheiß. Und was müsst ihr machen? Boah! Dieser Hintergrund, André! Na, da vorne steht ja schon da. Und was müsst ihr machen? Boah! Boah! Na gar nicht, na gar nicht! Boah! 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 Ey, was machst du? Boah! Ja, hinter uns ist jemand, da muss man drauf. Sich werden. Man! Haste mal schlatscht, man-was, was in das Vieh'Senaffer! Hiee-hiehiehie! Und da unten sind ja, dass ad ad zwei! Hup! Ah táp! Du hast gesehen, als ich sagst, nimmend uns ist der direkte Polizei streiten. Ja, vorne zu zwei Gegner... Ah, ich hab hier Vorfahrt mal hat. Hey! die 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 du sie irgendwo hinfahren da Prozent 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 Bernd ja so dreht man auf irgendeinen Raum jetzt mach die Klimaanlage aus wir schätzen alle Pärs aus dem Motor habt ihr die ganzen Ausreimer oh Gott oh trinken wollt die Lenkung mir das ist keine Kamera das ist ein Maschinengewehr ja was macht was machst du denn ich fahre ins Gelände damit immer die Polizei müssen gehen ja ich bekam mich so richtig hoch das wäre jetzt ein bisschen Blöcke vor allem ich bin Blut überströmt guck mich mal an das war ein Einsatz ja wir hatten eine wilde Himbeer-Schlag 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 und Erfbären Niklas voll ne ne wie heißt die die erste Woche nein Niklas hat nur seine Tage das ist ok ja du hast einen fucking Polizist getötet nein wir haben drei Sterne oh Mann ist ne der geht doch schon wieder Weg ja da kommt den Hildkopf da der geht doch nicht weg ne 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 es geht schon naja, guck da! Get it here! Wo ist mein Gott hier? Sech, das Ding ist schon weg! Jetzt, die... Ja! Wir haben schon wieder drei Sterne! Die waren ja schon do! Wurde runtergefahren! Niklas dreht's da auf, dass die dann wieder wieder die Ziele gerüsten, das wir wieder neu haben müssen! Ihr habt da so ne böse Vorhinein, das was machen wir jetzt? Jaaa, du tötest du Gott! Hui! Wies du die Armee von Bullerei da aufm Highway? Die ist nur wegen dir! Jaaa! Immer den Mini! Das nehm ich eigentlich die ganze Zeit auf! Egal! Wenn ihr denkt nur so, ah hier schau mal an Bulle! Der fahr irgendwo hin! Der fahr dabei! Der ist... Der geht nicht auf! Obwohl, Tune, wenn wir uns beeilen schaffen, es vielleicht sogar noch den Benzin anzukriegen! Das wär natürlich nicht schlecht, wenn wir was hinbringen! Jaa! Komm, mach mal ein bisschen mehr Pisse hin und dann... Geh ich nie zum Kanister fliegen, ne? Jaa! So, hier... Ich bin mal Tronkin! So! Ja, wie sind die Schweine eigentlich, dass ich hier parke? Seh mal hier, Jürich! Jetzt mal ohne Schein! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Komm, komm! Geh weg! Geh weg! Ja und der, äh, Ding! Oh! Da ist doch ne Brücke gewesen! Brückebrücke, ja nix, nicht viel! Wir müssen erstmal... ...trendes Gemäß! Ja, genau! Ja und hier? Das sieht einfach nur episch aus! Wie wie das Cabrio aufmachen will, dass es halt polizeiwärts nicht ist! Oh, 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 oh! Oh, oh! Oh! Oh, 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 oh! Was bringt ihm vor Corona zum Planungsraum? Istñ 카메라 äther? Ne... Insom, äh, unser Planungsraum in meinem Haus! Dann können wir uns mal haften, obwohl er rein loswerden hat! Und wenn man den weggebracht hat... N-i-na Garage wäre dem ideal... Mach' sono in din Parkgarage! Ja! Da hen kommt irgendwann ein Tunnel... Mann sollen schon ganze Fahr dop! Ja, da sind wir gerade umschienen, also dahinten kommt irgendwann ein Tunnel. Da ist viel weh, aber da sind ja der scheißige Kopter, die du angelockt hast. Das ist doch umschienen. Ich hab keine Stimme mehr. Ich bin der Arsch. Ich muss das nicht nennen. Hey, wo wird die Polizei angeht? Was am Auto klauen? Egal. Nein. Das ist... Bauen wir mit anderen Spielern, plus für FPV. Nein. Aber ich brauche ein bisschen mehr. Ich weiß nicht. Ich bin nicht mehr. Oh, hier weiß ich nicht. Ich bin nicht mehr. Raus. Wenn wir nur ganz kurz in die Grenze nicht reingehen. Da war doch ein Tunnel gewesen. Ja, wir gehen sofort in den Planungsraum rein. Ach du bist sogar mit da oben bei mir. Nächstes Video auch. Ja. Wieso sind wir jetzt online? Das kann ich runtergehen. Hat doch gebracht. Als er rüberkam um? 1,5 Kilometer. Und jetzt wird man nochmal ausrufen. vorhanden EI EI ich habe ein ein dickes Reicht ein ja, guck bei seiner Wand zu gehen jetzt ist es okay, guck bei seiner Wand zu gehen Mirka, du kannst doch überhaupt nicht fahren. Willst du die Brühe haben? Nein. Die haben ja eh bestimmt gehabt. Wir hatten die auch schon mal. Ganze drei Stück haben wir. Ja. Mir hat sie alle getötet. Einen, das hat gereicht. Aber Mir, wir kommen jetzt. Wir sehen aus wie Brühe. Nicht schießen. Oh shit, wir hätten uns so einziehen sollen. Jetzt klangst du gerade wie Montana. Oh. Ich bin schon fertig. Ich wollte gerade mein pinken Gallien kommen. Oh, wie lecker große. Was hat ihr jetzt gemacht? Wir haben jetzt rumgefahren. Wir haben jetzt nur gebracht. Sind dann abgehauen. Sind dann eingestiegen. Sind dann in der Polizei-Station gegangen? Du auch in deiner Wohnung? Du auch in deiner Wohnung? Bitte was? In deiner Wohnung. Wer? Du? Ich. Ich nicht. Mal gucken. Cool. War das die letzte Mission? Nee, jetzt kommt die Hauptmission. Das war ungefähr die erste. Das war nur die Vorbereitung mir. Das war nur die Vorbereitung mir. Ich schau sie mit euch. Untertitelung des ZDF, 2020